Nur noch wenige Tage bis Ostern? In der Stadt ist es ruhig. Schon fast zu ruhig. Seit heute Morgen beschleicht mich so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob es der Kaffee oder der Möhreneintopf von gestern ist. Guten Morgen, Agent Hase. Schlechte Neuigkeiten. Die zwölf hier nahe Ostereier wurden entwendet. Wir vermuten, dass die Alternative der Eierdiebe hinter all dem steckt. Nach unseren Informationen werden die Eier an verschiedenen Orten in der Stadt versteckt gehalten. Sie sind der einzige Eieragent, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Sie haben bis zum 26. März Zeit. Bringen Sie die Eier zurück. Ach, und eins noch. Viel Glück, Agent. Wir zählen auf Sie. Seit Jahren versucht die Alternative der Eierdiebe das Osterfest zu manipulieren. Doch diesmal sind sie zu weit gegangen. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020